Ey Leute, was geht? MrRoyam hier und so und jetzt nehmt mal euren Knockback-Stick in die Hand. Dann ist alles noch was. Okay, gut. Guten Tag meine Freunde der Leichen- und Zeichenunterhaltung und willkommen zurück zu einer Folge Minecraft Bad Wars. Heute zusammen mit... Ich hab'n Bronze-Packen. Was hast du? Ich hab'n Bronze-Packen, also der Knockback-Stick. Und jetzt hab' ich Helm und Hose und Schuh. Du kannst das gut mit dem Knockback-Stick, ne? Das ist meine Waffe, Mann. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich sein soll. Ich bin ja so'n Spitzhaken-Typ. Vielleicht können wir uns ja zusammentun. Du bist ja oft Spitzhaken. Versteh' ich nicht. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, weil MrMoggin darf man nur 3 Minuten folgen, wenn du was aufnimmst. Ja. So, zack. Leben am Limit. Wie geht's dir denn, Muru? Wir haben ewig lange nichts mehr zusammengespielt. Hey, jetzt frisch dich gut. Also, da geht's mir echt noch noch. Noch geht's mir gut. Wir haben ein Team-Partner weniger. Das macht mich wieder ein bisschen sad, ne? Echt haben wir? Ne, der ist doch hier. Wir sagen nur 3 rote. Achso. Achso, ja, das ist egal. Wir haben doch dich. Ja. Ja, stimmt. Du musst das ja alles machen. Okay, ich bin... Du fällst an. Ich seh's grad. Ich hab'n noch so in den Tod gerissen. So, sehr heldenhaft, muss ich sagen, dazu. Oh, du hast dich ja auch nicht hochgebaut am Ende. Das ist natürlich mein gefährlich. Naja, das macht einfach so einfach so YOLO. Und Wett, dann spielt man besser, weißt du? Na, na, na. Da bin ich, da bin ich, da bin ich der MrSafe-Guy. Deswegen balancieren wir uns auch so gut aus. Weißt du? Du bist einfach nur komplett verrückt und ich bin komplett rational und nett. Und macht das hier. Boah, das ist zu süß für dich. Ich freu mich schon, wenn wir uns endlich mal wiedersehen. Ja. Move! Okay. Oh Gott. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war... Boah, du warst so betrunken, Alter. Ich bin immer betrunken, wenn wir uns sehen. Oh nein! Er hat... Ich dachte, der sieht mich nicht. Aber der hat X im Namen gehabt. Hab ich gesehen. Wisst du was? Ich geh jetzt noch grün. Ja. Und dort werde ich einmal Hallo sagen. Einmal Hallo sagen? Sag mal Hallo. Fuck, okay. Da kam noch ein grüner von hinten. Yes! Im Plan sind die Leute auch echt gut aufgestellt, ey. Ich hab heute schon ein paar Runden gespielt. Die derfen echt mega gut. Ja. Da denkt man gar nicht. Ja, ne. Normalerweise sind's schon alle drei Betten down. Da ist noch Spaß. Ja, das ist ein bisschen schwer. Ähm, zack, zack, zack. Ich guck auch mal bei grün vorbei. So. Oh Gott! 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 Ja, ja, ja. Ja, warte. Tschüss, ich sterb so. Alles cool. Alles cool. Okay. Ja, ja. Seid ihr alle auf den Video Days? Schreibt's uns doch in die Kommentare. Beziehungsweise das wird höchstwahrscheinlich die Folge für Sonntag. Oder vielleicht auch zwischendrin. Ich weiß es nicht. Und dann, wie waren denn die Video Days für euch? Schreibt's doch in die Kommentare. Ja? Ja? Freust du dich auf irgendwas am Show-Tag? Ja, auf dich. Ich streb doch gar nicht auf. Du wirst für mich immer ein ganz Großer auf jeden Fall. Oh, Alter. Der Duderino ist aber richtig krass. Ich hatte heute schon einen richtig deftigen Hacker, ne? In der Runde. War der deftig? Der war deftig. Also in der anderen Runde. Die habt ihr vielleicht schon gesehen. Die mit Debitor. Die war echt... Wow. Die war... Das war ein mieser, mieser Dude. Ey, wir sind so im Arsch. Jetzt steht da noch ein Gelber. Mit diesem Bogen. Ey, komm, Muri. Wir machen das. Das ist ja hart zu spammen, weißt du? Oh, ich bin... Ich fall auch noch runter. Ey. Oh, komm. Ey, die Gelben sind ja richtige Maschinen, Mann. Die sind voll eküpt. Die sind mega gut dabei. Ja. Selten sowas gesehen. Selten so etwas. Weil die sind echt daran, dass wir einen weniger haben. Man weiß es nicht. Hm. Ja, auf jeden Fall, was wir mal machen sollten, ist mal hier ein bisschen funktionieren. Und zwar, indem wir mal unsere Sachen einbauen. Dudes und Duderinas. So. Warte. Okay, die kommen ja schon alle da. Oh Gott. Nice, Muri. Ich vergaß, mit wem ich es hier zu tun habe. Noch ein Bogen-Trip-down. Nice. Alter Muri. Der Gelbe rennt weg. Maschine. Gulle-Gülm. Gulle-Gülm bist du auch. Das ist klar, dass die Angst vor dir haben. Ich hätte auch Angst vor Gulle-Gülm. So. Der Gelbe ist auch noch gestorben. Nice, Alter. Okay. Es leben immer noch viel Grüne, was mich ein bisschen nervt, weil sie Strange kein Bett mehr haben. Ja, aber ich glaube, die haben sie ja voll zurückgezogen jetzt. Ja, das würde ich glaube, mal rüber. Einmal Hallo sagen. Einmal Hallo sagen. Von Träubel so. Du immer. Du machst ja auch nur echt mit dem Knockback-Stick. Das ist echt krass. Ja. Das ist echt Maschine. Das muss ich sagen. So. Warte. Zack, 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 zack. Ich muss mich gerade hier drum kümmern, Leute. Einen Grün habe ich, meine Freunde. Oh. Okay. Das war natürlich jetzt nicht sonderlich intelligent, aber... Okay. Da kommt noch ein Gelber rüber. Wie ist der denn? Keine Ahnung. Da wird, glaube ich, unser Gold. Ja, das ist mir egal. Solange du hier bist, mein Lieber, gehe ich doch einfach zu dir in die Base, wollte ich gerade sagen, aber das mache ich anscheinend nicht. So, komm. Ein Eisenstück bräuchte ich auch noch. Dann sind wir hier super aufgestellt. Ach Leute. Go jetzt, go jetzt, Alter. Die grünen Wagen sich in die Mitte. Zack, 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 zack. Ähm, warst du schon mal in Berlin? Ist die große Frage. Natürlich war ich schon in Berlin. Echt? Na klar. Okay. Was hast du da gemacht? Bist du denn? Deswegen warst du in Berlin. Hast du geliebt? Ich habe alles dort geliebt, was mir vor die Nase liegt. Okay. So. Ne, ähm, in Berlin war ich schon tatsächlich. War geil. Macht Spaß. Okay. Ähm, wo war ich da? Bei dieser Uhr einmal? Bei dieser Uhr. Bei der Saturn. Bei der Saturn. Hast du eine Uhr gekauft. Ja, für 200 Euro. Ich finde, bei Amazon. Oh, hier hat jemand, glaube ich, auch einen... Oh Gott. Nicht ernsthaft. Hat er mich gerade getötet? Wirst du mich verarschen? Nein, hat er nicht. Wirst du mich verarschen? Das war richtig lame. Also von mir, das war richtig schlecht. Okay. Das ist so eine Aura. Weißt du? Moody ist so gut, dass ich dann automatisch schlechter werde. Schau mal, ich habe jetzt endlich die Gruen nebenbei... Okay, ja, das habe ich gesehen. Auch wieder nur mit dem Knockback-Stick, ne? Ja, ja. Maschine. Und jetzt müssen wir mal sehen, was wir machen sollen. Der Meister des Knüppels, Alter. Müssen wir... Ja, mit Stöcken kann ich's gut um. Ja, okay. Besonders mit Stöcken mit Knockback 3, ne? So, ähm... Oh yeah. Du, was machen die einen Typen denn hier? Die bauen hier so einen richtig krassen Gang. Weißt du, worauf ich mich freue? Auf Dead Adam. Dead Adam... Ja, da freuen sich alle drauf, ne? Irgendwie... Weil die auch... Alle gespannt sind auf Dings. Alle gespannt auf den Auftritt. Und ich glaube auch... Slash, ich hoffe auch natürlich, dass das unglaublich fett wird. Du musst gegen Fettab? Nee. Ich auch nicht. Okay, so. Hier bin ich durch. Okay. Ich bin bei Blau in der Base, aber ich glaube, die haben alles zugehört. Alter, diese verkackten Gelben, ne? Habs. Maaaann. So. Du bist echt mein Held heute. Juhu! Ja, Mubi macht das hier mit den Maschinen. Ich mach das, äh... Ja, die spielen wieder auf der 1.8. Er sieht mich einfach nicht. Es ist einfach traurig manchmal. Es ist einfach traurig, weißt du? Ich mach das alle betrunken. So, 2-0 noch. Wir haben eher die Gelben aktuell. Okay. Okay, ich geh mal rüber. Ich bin jetzt extrem zurück und campen hier mit dem Bo. Hi. Ui, ui, ui. So schnell wurde ich aber lang nicht mehr weggespannt mit dem Bo. So. Was macht unser Typ hier? So, allen Blauen habe ich jetzt auch nochmal gefunden. Okay, nice. Ja, das ist das Problem, ey. Egal welches Team man... Oh, kacke. Wir sind ja jetzt nur noch gegen die Gelben. Jetzt sind wir halt echt einer in der Unterzahl. Ich dachte, die Blauen, die können sich noch ein bisschen zur Wehr setzen, weißt du? Weil meistens, wenn die Betten weg sind, dann sind ja viele noch voll hartnäckig. Oder viele Teams. Oh Gott, ja gut. Oh Gott, die haben ja zwei Bögen, Nuri. Das ist ja richtig krank. Bist du noch da? Naja, ich habe gerade echt Probleme mit Geld. Ja, merk ich schon. Das ist echt... Da ist ein Gelber bei mir, der rennt ums Haus. Wie so ein Verrückter. Okay. Was sagst du? Unsichtbarkeitsdrank? Der war auf einmal da, so, weißt du? Ja, es gibt ja einen Unsichtbarkeitsdrank, ne? Das weißt du. Ja, der war auf einmal einfach da. Das habe ich schon nicht bemerkt. Als einer meinte, der ist unsichtbarkeitsdrank. Ich so, was? Ein Unsichtbarkeitsdrank? Da waren alle schockiert. Aber wenn ich jetzt getötet werde... Ah, fuck! Er hat mich wieder gekillt, ey. Mit all unserem Eisen. Fuck, ey. Die sind auch alle pervers ausgerüstet. Nicht gut gerade. Echt nicht gut. Auf diesen Zwischeninseln gibt es noch... Upsa. Da gibt es noch Stuff, ne? Also so Stuff, Stuff. Ich versuche mich gerade auch auszurüsten eigentlich. Weil es einfach nicht richtig funktioniert. Weil die Gäme so hart... Die bumsen die einfach. Ja, das ist... Alles super. Aber ich habe es gerade mir mal... mich auch auszurüsten. Pass auf, da kommt einer. Ah ne, das sind... Das sind zwei, die zu uns kommen. Okay, scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut, Alter. Okay, einer ist weg. Okay, der andere hat mich... Scheiße! Und der andere baut gerade, glaube ich, unser Bett ein. Einer ist aber down. Ich bin der Cript. Ich bin der Cript. Ich komme gerade zu mir. Er hat auf jeden Fall hier die totale Aids-Position bezogen. Röchst du euch? Röchst du euch? Nein. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Warte. Okay, ein Game habe ich. Okay, nice. Ja, einer ist noch bei uns. Einer ist noch bei... Gold. Oh, bitte geh runter einfach! Ja, er sieht mich nicht, glaube ich. Sieht er mich nicht? Hä? Äh! Lol, er hat mich einfach gekillt, obwohl er mich nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, er ist tot. Nice, Muri. Nice, nice, nice. Oh, Alter. Also, einer hat aus Frust gelieft. Das war der mit dem Bogen, der da hinten stand. Okay. Heiligung, oder? Der ist jetzt auch tot mit Bogen. Okay. Okay. Einer rinnt gerade zu blau. Ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Wir bräuchten halt einfach mal... Ich hätte so Bock auf diesen Unsichtbarkeitstrang. Ich habe den noch nie ausprobiert. Ähm, der ist Mock, weil man deinen Namen nach wie vor sucht. Okay. Also, du bist so richtig unsichtbar, bist du gar nicht. Okay. Keine Ahnung, verstehe. Ich habe auch nicht verstanden. Das ist echt nicht so viel... Nicht so sinnig. Aber man kann es ja mal ausprobieren, meine Güte. Ähm, hier ist ja nämlich noch eine komplette zweite Insel. Mit Eisen. Die habe ich noch gar nicht. Oder da war noch gar keiner drauf. Gucken wir mal kurz. Okay. Okay. Da hat auf jeden Fall wieder einer mal ordentlich was geplondert. Gerade. So, zack, 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 zack. Es war auf jeden Fall gut, dass wir die gerade irgendwie mal gekillt haben. Beziehungsweise ein bisschen überfällig. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genannt Eisen. Ich gönne mir den Trank jetzt, Alter. Ssssssss. Niiiicer. Dicer, Mr. Muri. Nicer, Dicer, Alter. Mr. Muri. 50 Sekunden unsichtbar. Ah. Jetzt geht's los, Leute. Trotzdem noch. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Warte, ich will ihn nehmen. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Haha. Schweine. Voll durch Löcher. Mit Scheiße. Aber wo ist der letzte? Ich habe gerade ein Schaf gemacht und guck, aber das Schaf bewegt sich nicht. Das heißt, der ist nicht in der Nähe, schätze ich mal. Ich seh den einfach immer noch. Hab ihn noch. Alles gut. Juuu. War ich unsichtbar war. Hahaha. Leute. Sieben Runden. Sieben Tänz. Sieben Tänz. Du hast gerade getanzt. Ja, ich tanze gerade. Breakdance. Breakdance. Gute Soundqualität. Gut. GG. Noch mal an der Stelle. Dann, Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch mal beim Movie vorbei. Daumen. Puh. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Auf dem Video denn. Ja, genau. Oder morgen wieder. Oder wir haben uns schon gesehen, hoffentlich. Weiß ich nicht. Tschüss. Bis dann. Auf jeden Fall. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Like, 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 like.